Hallo zusammen, willkommen bei Teil 1 meiner neuen iNav Tuning-Serie. Ich habe im Einführungsvideo ja schon ein bisschen erklärt, um was es da gehen soll, dass ich jetzt halt aktuell drei Flieger zur Verfügung habe, einen TBS Kai Pirinia 2, eine Mini-Teller und meinen AR-Ring. Und alle drei Flieger werde ich entsprechend von Grund auf konfigurieren, neu maidenen und komplett ein-tunen bis zum finalen Tuning, wobei ich mich da komplett nach dem Tuning-Guide richten werde, der bei uns auf der 1er Fixed Wing Group Website zu finden ist. Ich habe dazu jetzt schon mal zum Start mit der Kai Pirinia 2 begonnen. Die ist jetzt auch aktuell am PC angeschlossen. Ich wechsle dazu mal gerade den Screen. Und hier seht ihr, ist erstmal soweit alles dran. Geflasht habe ich auf dem Furious FPV F35 Lightning Flight Controller jetzt 1.5. Das ist aktuell noch im Release Candidate 2. Wie mir aber Pavel von den INAF-Entwicklern mitgeteilt hat, ist da soweit eigentlich alles fix. Der Release war schon vor ein paar Tagen. Bis jetzt sind auch keine gröberen Fehler mehr aufgetreten und das wird höchstwahrscheinlich mit kaum oder mit minimalen Änderungen dann auch die finale INAF-Version werden. Das Einzige, was ich nach dem Flashen noch gemacht habe, ist die Accelerometer-Kalibrierung. Ich denke mal, dazu muss ich jetzt nicht nochmal ein Video machen. Das weiß jeder soweit, wie das funktioniert. Und der Grund dafür ist, dass der Flight Controller jetzt ziemlich fest in den Flieger eingebaut ist und ich den nicht rausnehmen kann, damit ich sie auf dem Schreibtisch kalibrieren kann. Sondern ich musste das in dem Fall im Flieger machen und das geht leider nicht direkt bei mir hier am PC, weil da muss ich auf dem Fußboden und so weiter. Naja, auf jeden Fall muss ich das jetzt nicht nochmal separat zeigen. Gut, dann gehen wir einfach mal so durch die Einstellungen kurz durch und ich zeige euch so die absoluten Basics, was ihr konfigurieren müsst, damit ihr den Flieger in die Luft bekommt. Also nach der Kalibrierung, das ist erstmal alles okay. Kompass brauchen wir nicht. Würde ich auch auf jeden Fall beim F-35 Lightning deaktivieren, weil der ist auf dem Flight Control Board integriert und da der aber gleichzeitig einen Current Sensor hat, also einen Stromsensor, geht natürlich der komplette Strom für den ESC durch den Flight Controller durch, was den Kompass sowieso durcheinander bringt. Das heißt, der Onboard Kompass vom F-35 ist so oder so nutzlos. So, das Erste, was wir erstmal machen, ist der Mixer. Den müssen wir natürlich einstellen. Wir haben in dem Fall jetzt einen Flying Wing. Das ist schon mal standardmäßig hier ausgewählt. Das ist völlig okay. Das heißt, wir haben unseren linken und rechten Servo, die zusammen die Ailerons bilden. Und, genau, Differential Thrust haben wir nicht. Wir haben ja nur einen Motor. Dann sagen wir erstmal hier Load. Man kann auch direkt auf Load und Apply klicken, um den auch direkt zu übernehmen. Aber wir klicken jetzt erstmal nur auf Load, gucken uns das mal schnell an. Den zweiten Motor können wir wieder entfernen. Wir haben nur einen, wobei das irrelevant ist. Die Signale laufen dann einfach ins Leere. Und wir haben hier einen ganz normalen 50%-Mixer für Roll, Pitch, Roll, Pitch jeweils auf den beiden Servos. Und dann übernehmen wir das Ganze schon mal. An der Stelle ist jetzt der Motor und Servo Output natürlich immer noch deaktiviert. Das ist einfach aus Sicherheitsgründen, falls irgendwie ein falsches Profil oder ein falsches ESC-Protokoll eingestellt ist oder eine falsche Servo-Frequenz, damit da nicht plötzlich irgendwelche Schäden oder Verletzungen entstehen. Gut, schauen wir mal kurz in den Outputs-Tab. Hier wird es nämlich jetzt wichtig. ESC-Protokoll brauchen wir hier Standard. Da ist, glaube ich, ein Hobby-Ring-ESC verbaut. Refresh-Rate 400 Hz ist okay. 50 Hz Servo-Refresh-Rate ist auch okay. Das passt alles soweit. Die Motor-Idle-Power, ich glaube, die ist nur für Copter eigentlich relevant. Da wir ja sowieso Motor-Stop-By-Fliegern benutzen. Aber ich setze die eigentlich immer ganz gerne runter auf 5%. Einfach zur Sicherheit, damit wir nicht permanent so viel Schub geben, wenn wir nur minimal Gas geben. Deswegen hier 5% Idle-Power als minimalen Throttle-Wert. Das ist eigentlich völlig okay. So, Motor, der Output wird natürlich jetzt noch nicht funktionieren, weil ich habe auch keine Batterie dran. Und wir haben ja die Outputs noch nicht aktiviert. Hier sind unsere beiden Servos. Da werden wir noch gucken. Einen von beiden müssen wir dann noch reversen. Wenn ich jetzt hier den Flieger bewege, durch die Stabilisierung gibt er zwar hier die Signale an, die werden aber noch nicht an die Servos weitergegeben. Das ist auch erst mal soweit in Ordnung. So, dann machen wir an der Stelle mal Save. So, der nächste Schritt. Und Preset. Es gibt jetzt für den Kaipirinha 2 kein explizites Preset hier. Da wir aber einen Flying Ring haben und einen Delta Ring und ein normaler Flieger, also ein normaler Flächenflieger mit Höhen- und Seitenruder, die unterscheiden sich relativ stark in den notwendigen Piff-Werten. Deswegen nehme ich jetzt hier einfach mal... Was haben wir denn hier? Nehmen wir zum Beispiel mal die Mini-Drag als Ausgangspunkt. Da haben wir halt auch einen Flying Ring mit Aileron-Controller für Pitch und Roll. Und da sind wir relativ nah an der anpassenden Piff-Werten dran, damit der Kaipirinha auch sauber starten sollte. Die können wir uns dann auch gleich noch angucken, was einer dann hier entsprechend einstellt. So, dann gucken wir mal bei den Ports. Bei den Ports müsste eigentlich soweit alles schon optimal eingestellt sein, oder fast alles. Der F-35, der hat ja vorbeschriftete Steckverbinder, wo jeder für eine bestimmte Aufgabe gedacht ist. GPS beispielsweise an UART 2. Die VTX-Kontrolle an UART 4. Da müssen wir allerdings hier umstellen, weil wir haben ein TBS-VTX hier verbaut. Ich glaube, es ist ein F... Ne, nicht F... TBS... Ich komme jetzt gerade nicht auf den Namen. Irgendwas mit 32 Pro müsste hier verbaut sein. UART 5 ist unser Receiver-Kanal. Das passt auch soweit. Da muss ich doch mal gucken, dass das auch passt. Weil er hat ja zwei Receiver-Inputs. Einmal für Crossfire und generell allgemein Serial Receiver, Crossfire, Flysky und so weiter, die nicht invertiert sind. Und einen separaten Port mit einem Inverter drauf für S-Bus-fähige Empfänger. So, den Rest brauchen wir erstmal noch nicht anzufassen. Pitotube habe ich im Moment nicht verbaut. Die ist zwar mit dabei gewesen beim Flieger. Die hat mir der Philipp mitgeschickt. Aber die werden wir jetzt erstmal noch nicht anschließen. Das kommt vielleicht dann später. Gut, wir haben das TBS-Mod Audio gewechselt. Dann klicken wir hier nochmal auf Save und Reboot. Sobald das Ganze jetzt gespeichert ist, gehen wir weiter in den Configuration-Tab. Hier müssen wir ein paar Sachen anpassen. Das macht einer bei der Auswahl von Airplane nicht automatisch anscheinend. Und zwar die Gyroscope Low-Pass-Filter Cut-Off-Frequency. Das ist der Hardware-Low-Pass-Filter, der im Gyro selbst integriert ist. Den kann man hier in bestimmten Stufen konfigurieren. Da wir hier einen Flieger haben, der sowieso relativ träge ist auf sämtlichen Achsen, ist eigentlich ein guter Wert hier grundsätzlich erstmal 42 Hertz auszuwählen. Denn der Low-Pass-Filter, der im Gyro drin ist, der hat schon mal eine relativ geringe Latenz. Und das muss dann nicht extra von Ein-Av-Software-Filtern durchgeführt werden. Dann können wir schon mal alle hochfrequenten Vibrationen, die irgendwo auftreten können, an der Stelle rausfiltern. Loop-Time 1 Kilohertz ist in Ordnung. I2C-Speed fassen wir auch erstmal nicht an. Das brauchen wir nur, um zu stellen für ganz bestimmte Hardware-Komponenten, die eventuell eine höhere Rate auf dem I2C-Kanal brauchen. Da hat Pavel auch mal ein interessantes Video dazu gemacht. Vielleicht schaue ich mir das auch später mal an, aber aktuell habe ich keine Hardware, die das benötigt. So, Battery-Voltage fassen wir auch erstmal nicht an. Voltage-Scale, das Default, sollte halbwegs passen, dass wir die korrekte Spannung angezeigt bekommen. Current-Sensor brauchen wir auch erstmal nicht anzufassen. Sensoren, wie man sieht, Kompass. Standardmäßig ist hier der MPU-9250 Kompass aktiviert, weil das ist im gleichen Sensor drin wie der Accelerometer. Schaltet den aus auf dem F-35. Das macht nur Probleme. Ich habe es nicht geschafft, den auch nur halbwegs vernünftig auszurichten. Sobald da ein bisschen Strom durch den ESC fliegt und durch den Current-Sensor, funktioniert der Kompass hier an der Stelle sowieso nicht mehr. Pitotube, den Sensor können wir anlassen. Das stört nicht, wenn der nicht da ist, wenn keine Pitotube angeschlossen ist. Aber den werden wir dann später mal noch konfigurieren. Gut, Bord-Sensor-Alignment brauchen wir nicht zu ändern. Der Flight-Compass müsste richtig rum eingebaut sein, also mit der NASA nach vorn. Das können wir gleich auch nochmal im Setup-Tab prüfen. Das ist auch ganz wichtig, dass man das richtig checkt. GPS, U-Blocks, da stelle ich immer ganz gerne um auf U-Blocks 7. Hier ist ein BN-220 drin, wenn mich nicht alles täuscht. Ich schaue mal ganz kurz unter die Klappe. Das sieht stark nach einem BN-220 aus. Und der kann auf jeden Fall U-Blocks 7. Und wir machen den Ground-Assistent-Typ auf European Ignors. Das heißt, sobald wir erstmal in der Luft sind und eine GPS-Ground-Assist-Station in Reichweite haben sollten, wird das noch zusätzlich für einen schnelleren Fix bzw. für eine höhere Präzision des GPS-Signals sorgen. So, was haben wir noch hier unten? Reversible Motors ist irrelevant in unserem Fall. Craft Name nennen wir KIP-2 an der Stelle. VTX nutze ich in der Regel RaceBand. 4 als Kanal und Power-Level lasst man natürlich auf 25mW, weil mehr dürfen wir in Deutschland sowieso nicht funken. Was ich noch ganz gerne mache, ist Use Low Power Why Craft Is Disarmed. Das heißt, falls ich doch mal irgendwann mit einer höheren Sendeleistung senden will, dann soll er das erst einstellen, wenn der Flieger gearmt ist. Und nicht schon am Boden, einfach um die Temperatur des VTX etwas im Zaum zu halten. Deswegen stelle ich das hier ganz gerne auf All Race. Jetzt gucken wir noch kurz durch die other Features durch. Stop Motors on Low Throttle ist ganz wichtig, dass wir das aktivieren. Enabled CPU-Based Serial Ports brauchen wir nicht an der Stelle. Telemetrie Output ja. Wir wollen hier über das Crossfire auch die Telemetrie zurückbekommen. Reversible Motors brauchen wir nicht. RSSI Input Analog brauchen wir auch nicht an der Stelle. Multicolor RGB ist auch nicht relevant. OLED nicht. Blackbox hat der F-35 leider nicht. Das würde zwar sehr beim Tunen helfen, aber so müssen wir uns halt mit den OSD-Informationen zufrieden geben. Motor und Servo Output können wir an der Stelle aktivieren. Wir haben das richtige Protokoll eingestellt. Die Servo-Abtastrate passt soweit. Das heißt, wir können das dann auch einschalten. CPU-Based SPI braucht man nicht. Externe PWM-Servo-Treiber brauchen wir nicht. OSD wollen wir natürlich haben. Air-Mode permanent aktiv. Das ist auch korrekt. Und den Launch-Mode lasse ich jetzt erstmal deaktiviert, da ja beim Maiden normalerweise kein Launch-Mode verwendet werden sollte, wenn man nicht schon eine gute Konfiguration, ein gutes Pit-Tuning und gute Launch-Settings für den Flieger hat, weil man zum Beispiel jemanden hat, der einen identisch Konfigurierten besitzt. Profile Selection with TXT-Command, das schalte ich grundsätzlich aus, denn das sorgt ganz gern mal dafür, dass wenn man am Boden mit den Sticks ein bisschen rumspielt, dass man dann plötzlich ja die Profile wechselt oder das Batterie-Profil und das kann zu sehr, sehr unschönen Erlebnissen führen, wenn dann plötzlich die PIV-Werte nicht mehr passen. Throttle Voltage Compensation mache ich normalerweise auch an. Ich habe aber vor ein paar Tagen einen Test gemacht. Es kann sein, dass das nur für Copter funktioniert und nicht für Rings, aber einfach aus Placebo-Gründen mache ich es trotzdem erstmal an, bis ich das wirklich validiert habe. Das sorgt einfach dafür, dass wenn die Akkuspannung sinkt, gerade auf Lithium-Ionen-Akkus, das automatisch einherf ein bisschen mehr Gas gibt, um die Cruise-Geschwindigkeit konstant zu halten. Und Auto-Battery Profile Selection brauchen wir auch nicht, weil der wechselt die Batterie-Profile nur anhand der Zellspannung. Und da wir den KPI-2 immer mit 4S betreiben werden, weil auf 3S hat er zu wenig Power und auf 5S könnte der Motor durchbrennen, da bleiben wir konstant auf 4S an der Stelle. So, dann brauchen wir jetzt noch den Check, dass die Richtungen alle stimmen. Jetzt schauen wir mal ganz kurz. Wir machen mal kurz ein Reset der Z-Achse. Jetzt nehme ich mal die Nase hoch und das passt auch soweit. Nase runter passt auch. Jetzt heben wir die linken Flügel an, dann geht auf der linken Seite das 3D-Modell hoch, rechter Flügel, rechtes 3D-Modell geht hoch. Das passt. Und jetzt drehen wir einfach mal auf der IA-Achse rechts rum und einmal links rum. Genau. Und wenn die Bewegungen alle soweit übereinstimmen, dann ist auf jeden Fall auch die Bordsensor-Ausrichtung korrekt. So, nächster Punkt, was wir jetzt noch machen müssen, ist schauen, dass die Servo-Wege in Ordnung sind. Dazu schließe ich jetzt einfach den Akku an. Und dann müssen wir natürlich auch noch die Fernsteuerung einschalten, damit wir die Servos auch entsprechend bewegen können. Und hier gehe ich grundsätzlich nach einer Drei-Schritte-Regel vor. Wir haben die Bord-Ausrichtung schon mal validiert. Die passt soweit. Jetzt ist ganz, ganz wichtig, wir gehen erstmal in den Receiver-Tab. Hier ist standardmäßig bei INAV schon Serial und Crossfire ausgewählt. Das heißt, hier muss man jetzt nichts extra anpassen, damit das Ganze funktioniert. Jetzt ist nämlich ganz wichtig, dass ihr in der Fernsteuerung jeden Mixer und jeden Expo alles deaktiviert, sondern wirklich die rohen Stick-Kanäle an INAV sendet. Da darf nichts anderes ankommen, weil das bringt sonst nachher die ganze Konfiguration durcheinander. So, und wenn ihr jetzt nämlich beide Sticks nach oben und nach rechts drückt, müssen komplett alle vier Kanäle auf 2000 stehen. Das ist ganz, ganz wichtig. Wenn irgendeiner von den ersten vier Kanälen jetzt auf 1000 steht, wenn ihr beide Sticks nach oben rechts drückt, dann habt ihr hier eine falsche Konfiguration drin, beziehungsweise irgendwo einen Kanal invertiert. Ich sehe auch gerade hier, mein Roll ist nicht ganz centert. Da muss ich wahrscheinlich mal eventuell mal neu kalibrieren, weil... Genau, wenn ich jetzt den Trim 1 nach rechts mache, dann passt das auf 1500. Dann muss ich mal noch in der Fernsteuerung nachschauen, dass das Ganze zentriert ist. Gut, wie ihr seht, GPS haben wir jetzt auch schon. Das soll uns aber erst mal nicht stören. Der nächste Schritt bei der Servo-Richtungskonfiguration ist, wir ziehen einfach mal Pitch komplett nach hinten und beobachten dabei beide Klappen. Und wie ich jetzt gerade sehe, die linke geht nach unten, die rechte geht nach oben. Es müssten aber eigentlich beide nach oben gehen. Das heißt, einfach merken, wenn bei Pitch einer von beiden in die richtige Richtung dreht, dann müsst ihr wahrscheinlich nur den anderen Servo reversen, damit das Ganze passt. Das heißt, wir gehen jetzt hier in den Outputs-Tab. Ich reverse hier Servo Nummer 3, das ist der linke. Klicke hier einmal auf Save und Reboot. Und sobald neu gestartet ist, können wir nochmal Pitch ziehen. So, jetzt sehe ich aber gerade, gehen beide nach unten. Das heißt, in dem Fall habe ich jetzt den rechten Servo reversed. Hier hat der Philipp anscheinend die Servoanschlüsse vertauscht. Das ist aber nicht so tragisch. Dann drehen wir das Ganze einfach nochmal um. Und jetzt sollten beide in die richtige Richtung gehen. Deswegen ist es immer ganz wichtig, dass ihr die Servos richtig anschließt. Links ist Servo 3, rechts ist Servo 4 auf den Querrudern oder auf den Ailerons, damit das nachher bei der Konfiguration etwas einfacher ist. So, jetzt gehen beide nach oben und das passt perfekt. Jetzt schauen wir noch nach rechts und links beim Roll. Wenn ich jetzt nach links drücke, geht der linke runter und der rechte geht hoch. Das ist jetzt invertiert. Das heißt, wir haben zwar Pitch korrekt, aber wir haben Roll komplett invertiert. Dann fassen wir aber hier, wenn eine von beiden Achsen stimmt, nichts mehr an, sondern in dem Fall gehen wir in den Mixer und nehmen für Stabilized Roll hier den Negativwert raus, setzen den hier hin, klicken auf Save und Reboot und damit haben wir die Drehrichtung auf der Rollachse vertauscht. So, und wenn das jetzt erledigt ist, sollten jetzt auch beide in die richtige Richtung gehen. Genau, ich drücke nach links. Ich drücke jetzt nach links. Der linke geht hoch, der rechte geht runter. Ich drücke nach rechts. Der rechte geht hoch und der linke geht runter. Das passt schon mal perfekt. Und damit ist das Ganze auch korrekt konfiguriert. Jetzt bin ich ein bisschen nah dran, deswegen kann es ab und zu mal passieren, dass hier Telemetriestörungen auftreten. So, damit haben wir unsere Servorichtung auch konfiguriert. Das passt dann alles. Wenn ihr noch ganz sicher sein wollt, könnt ihr auch auf der Werkbank den Flieger in den Engelmodus schalten und entsprechend bewegen. Und da gilt die ganz einfache Regel, die Kante, die gehoben wird, dort geht auch die Klappe nach oben. Das ist immer ganz, ganz wichtig. Das heißt, wenn ihr die Nase runterdrückt und das Heck hochzieht, müssen im Engelmodus beide Klappen nach oben gehen. Hebt ihr den rechten Flügel hoch, dann muss die rechte Klappe hochgehen. Hebt ihr den linken Flügel hoch, dann muss die linke Klappe hochgehen. Und das ist beim Flächenflieger genau das gleiche wie beim Delta Wing auch. Gut, dann haben wir eigentlich alles erstmal soweit zusammen. Ich werde dann noch ein separates Video machen bezüglich der Mode-Konfiguration. Das wird sonst hier ein bisschen lang an der Stelle. Und alles weitere sollte dann eigentlich auch soweit fertig sein, damit man den Flieger erstmal mainen kann, damit die Konfiguration passt. Und das wird dann noch ein bisschen lang an der Stelle.